Die Nachbarschaft in Bergedorf war motiviert, Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffahrt einen großen Empfang zu bereiten. Innerhalb kurzer Zeit tauchte die Nachbarschaft am Montag die alte Dorfstraße in ein Farbenmeer aus Schwarz-Rot-Gold. Schnell scharte Pferdewirtin Annalena Jezembeck ein Team um sich, das die Halle auf dem Hof Auffahrt für den Empfang am Montagabend ausschmückte. Die Küche der Familie Sievers wurde kurzerhand in eine Bastelstube umfunktioniert, um schwarz-rote Wimpel mit einem dicken goldenen Band zu erstellen. Natürlich dürfte über dem Eingang zum Reitstall ein Transparent nicht fehlen.